Wieder Dai Dai Dai. Dai findet ihn mit dem Stun und dem B-Lex. Na, und da gibt es den Job, PyCat. Ja, PyCat spielt einen soliden Carry-Ex. Die hat Spectre gefunden mit einem... Und sie haben Zeit? Ah, nee, sie haben nicht so viel Zeit, das ist noch der Schrein. Na, aber... Oh, Fiends kommt dafür jetzt auf DJ. Ja, dann schnappen sie sich halt den. Beibekommen, Beileid Dai. Und zack, aber gut, Beileid auf... Die Rax!